Westliche Experten glauben, dass, wenn die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnt, dies auf der besetzten Krim geschehen wird, schreibt Business Insider. Derzeit greifen die ukrainischen Verteidigungskräfte erfolgreich russische Waffen auf der Halbinsel und die Krimbrücke, Kerch, an, um die russische Logistik zu stören, berichtet BuzzPlus. Frederik Mertens, Analyst am Den Haag-Zentrum für strategische Studien, glaubt, dass die Ukraine durch die Zielsetzung auf die Halbinsel, insbesondere auf die russischen Luftverteidigungssysteme, den Boden für zukünftige Luftangriffe nach der Ankunft der F-16-Kampfflugzeuge bereitet. Die Krim ist ungeschützt. Die Russen haben auf der Halbinsel relativ begrenzten Spielraum. Putin hat sowohl politisch als auch militärisch viel zu verlieren. Wenn also eine begrenzte Anzahl von Kämpfern einen wirklichen Einfluss haben kann, dann hier und über dem Schwarzen Meer, das vollständig zugänglich wird, sobald die bodengestützte Luftverteidigung, GBAD, auf der Krim behandelt ist, fügte er hinzu. Kirylo Budanov, der Leiter des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes, berichtete, dass Russland sein modernstes Luftverteidigungssystemes, 500 auf die Halbinsel verlegt hat. Gleichzeitig sagte Maria Snegovaia, Senior Research Fellow am Center for Strategic and International Studies des Europa-, Russland- und Eurasienprogramms, dass Russland es sich nicht leisten kann, die Krim zu verlieren, weil dies der Ukraine ermöglichen würde, die Bedrohung des Status der Krim als Verhandlungsmittel in zukünftigen Gesprächen zu nutzen. Elina Beketova, Demokratieexpertin am Center for European Policy Analysis, ist überzeugt, dass, wenn die Ukraine die Kontrolle über das Schwarze Meer wieder erlangt und die Halbinsel zurückerobert oder genügend Druck auf diese Gebiete ausübt, um Putin zu bedrohen, dies das Ende des Krieges markieren wird. Business Insider erinnert daran, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zehlen SKYY zu Beginn des Jahres deutlich gemacht hat, dass die Schlacht um die Krim und das Schwarze Meer in den kommenden Monaten eine zentrale Rolle spielen wird. Olga Kvostonova, Forscherin im Eurasia-Programm am Foreign Policy Research Institute, ist überzeugt, dass eine Niederlage Russlands auf der Krim nicht nur eine Niederlage, sondern eine Demütigung wäre.